Kaurupara Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge stehend auf den Ellbogen für manche Fortgeschrittene eine schöne Variation von Paschimottanasana. Vom langen Sitz ausgehend schiebe die Fersen nach vorne und das Gesäß damit nach hinten und beuge dich dann nach vorne. Du kannst dabei die Ellbogen auf den Boden geben und entweder die Handflächen nach unten auf den Boden geben, um dich mit der Erde zu verbinden oder du gibst die Handflächen nach oben, um dich zum Himmel zu öffnen. Du kannst auch die Ellbogen auf die Knie geben und die Unterarme auf die Schienbeine, was manchmal für Menschen, die eine gute Rückenflexibilität haben, aber merken, wenn sie die Stellung länger halten, dass es die Rückenmuskeln verspannte. So ist das eine gute Alternative. Kaurupara Paschimottanasana kannst du auch üben, wenn du weißt, dass ab und zu mal ein überenthusiastischer Yoga-Lehrer ist, der dich zu stark in die Stellung hineindrücken willst. Das kannst du dann verhindern, indem du die Ellbogen abstützt und so ist das auch ein Signal für den Yoga-Lehrer, okay, die betreffende Person will nicht so weit nach vorne gedrückt werden.